Hallo liebe Freunde der außergewöhnlichen Podcast-Unterhaltung. Heute haben wir ein weiteres Mal Autor und Filmproduzenten Frank Jacob zu Gast. In der letzten Sendung sprachen wir über das Project Looking Glass. Eine technische Einrichtung, um mittels Portalen einen Einblick in mögliche Zukunftsvarianten und Zeitlinien zu erlangen. Heute setzen wir dieses spannende Thema fort und gehen tiefer auf die Hintergründe und unvorstellbaren Auswirkungen von Zeittechnologie ein. Und wie durch Einmischung aus der Zukunft der Verlauf der Geschichte verändert werden soll. Wie stehen die Chancen, dass es zu einer lebensfeindlichen transhumanistischen Zukunft kommt? Und was können wir tun, um die positive Zeitlinie der Freiheit und Selbstbestimmung Wirklichkeit werden zu lassen? Außerdem sprechen wir über die Anzeichen eines bevorstehenden kosmischen Events. Könnte ein solches das Potenzial in sich tragen, die Menschheit auf eine neue Ebene des Bewusstseins zu befördern, in dem Psy-Fähigkeiten wie Telepathie vollkommen normal sind? Und welche Rolle spielt die Zirbeldrüse und DMT bei diesem fantastischen Entwicklungssprung? Falls du die erste Sendung noch nicht gesehen hast, findest du diese oben in der Infobox und verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um immer über unsere aktuellen Videos informiert zu werden. Teile die Links zu unseren Sendungen in Foren und Gruppen und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch mit Frank Jacob über das kosmische Event und die Doktrinen des konvergenten Zeitlinienparadoxon bei Sagenhaft und Sonderbar. Es gibt ein paar Fragen von Hörern, besonders von Gerhard Gröschel, UFO-Forscher Gerhard Gröschel. Es ging um das Projekt Looking Glass, für die das nicht wissen. Zum einen war die Frage für ihn offen, er wollte ein bisschen mehr über den Informant wissen, woher diese Informationen kamen, wer dieses Informant ist und was über ihn bekannt ist. Es gab ja einige Informanten. Der Ausgangspunkt für mich, zurück in diese Geschichte hineinzukommen, war diese Looking Glass Guardians, die vor einem Jahr, fast genau, irgendwie vor einem Jahr aufgetaucht sind. Und sie erwähnten, dass sie an diesem Projekt beteiligt waren. Und ich habe dann meine Unterlagen nochmal durch angeschaut. Und die Geschichte fängt eigentlich an mit Bill Hamilton, einem Journalist, der Dan Burish so circa 2003 anfing, mit ihm über das Thema zu sprechen. Linda Moulton-Howe war auch dabei. Das ist noch eine bekannte amerikanische Journalistin, die sich mit UFO-Themen und paranormalen Sachen auseinandersetzt. Hauptsächlich diese Coup-Geschichten, wo die Coup-Küri verschwinden. Also das ist ihr Thema. Aber sie war auf jeden Fall dabei. Und dann, das war so der Anfang. Dan Burish war von Majestic, dieser Gruppe. Majestic ist die ursprüngliche Gruppe, hieß Majestic 12. Die hat sich dann über die Jahre in Committee of the Majority umbenannt. Das wurde immer international. Und er hat mit dieser Majestic-Gruppe zusammengearbeitet als quasi Outsource-Mikrobiologe. Und ihm wurde für ein kurzes Zeitfenster das Erlaubnis, die Erlaubnis, glaube ich, die in Deutsch, die Erlaubnis gegeben, darüber zu berichten. Und ich glaube, das hat viel zu tun mit, was zu dem damaligen Zeitpunkt in der Welt los war. Es gab andere Projekte, wie auch das Chani-Projekt und so andere, von denen wir erfuhren, die dann irgendwie für eine kurze Zeit so veröffentlicht wurden. Ich glaube, um zu sehen, wo die Gesellschaft so geistig ist, auf was sie bereit wäre, sich darauf einzulassen. Man verwendet natürlich auch bekanntlicherweise Hollywood-Filme und so andere Methoden. So eine Art, das nennt man Soft Disclosure. Und ich vermute, dass Dan Bursch Teil von dieser Welle war, die für eine kurze Zeit das berichten durften, an was sie arbeiteten. Und Dan Bursch war ein Mikrobiologe. Warum? Weil er als Mikrobiologe wurde in das Projekt hineingeholt, um mit eines von diesen Zukunftsmenschen, die sich J-Rods nennen, über eine Neuropathie. Das heißt, Neuropathy ist auf Deutsch vielleicht Neuropathie, weiß ich nicht. Ja, Neuropathy auf Englisch. Und das war so eine Hautkrankheit, die der J-Rod hatte. Und Bursch war ein begabter Biologe, Mikrobiologe. Und er hat angefangen, sie haben ihn zusammengebracht mit dem J-Rod. Er sollte zuerst eigentlich nur Hautsamples, also Proben, Hautproben und nichts, keine Unterhaltung. Es war alles streng geheim. Er durfte nicht mit ihm reden und so. Und dann hat er festgestellt, nach dem zweiten oder dritten Mal, dass er also Wörter und Sätze und Kommunikation und Stimmen in seinem Kopf hörte. Und es ist erst dann draufgekommen, dass der J-Rod telepathisch mit ihm kommunizierte. Und so hat dann über eine Zeit eine Kommunikation begonnen, über die Zeit, wo er mit ihm zusammengearbeitet hat. Über das hat er ja ziemlich ausführlich erzählt. Und was daraus entstanden ist, in dieser Kommunikation, ist so das Wissen, das sich in einem Dokument veröffentlichte, das nennte man das Doktrin der konvergenten Zeitlinienparadox. D-C-T-P auf Englisch. Und das wurde so eine Art Tagebuch für Mangel an anderen, besseren Wörtern. Es war so ein Bericht, so ein Tagesbericht teilweise von dieser Kommunikation, die entstanden ist. Und im Laufe der Zeit, wo sie miteinander kommuniziert haben, haben sie über das Looking Glass erfahren. Und das Looking Glass wurde quasi die Technologie, die hinter dem Looking Glass steht, kam aus diesen sumerianischen, also Sumerian Sealed Cylinders. Also es gibt diese, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Genau, die sehen so quasi, sie sehen so ein bisschen so aus, ja, diese Cylinders. Sondern man hat so Abdrücke und man kann sie dann ausrollen und dann kriegt man die, also in diesem Fall wurde das Looking Glass mittels dieser sumerianischen Technologien erklärt. Und dann haben sie sie gesucht, also sie wussten dann, wo zu suchen war und haben sie gefunden. Und dann fing an, eigentlich in den 50er Jahren, quasi das Nachbauen des Gerätes. Und das hat sich dann über die nächsten 40 Jahre in verschiedenen Versionen, die zum einen ganz groß waren und dann im Endeffekt das, was man dann kennt als das Looking Glass, das, was wir auch in dem Webinar zeigen, das Gerät, das so in Zimmergröße ist, das wurde dann so gebaut oder verfeinert. Aber die Technologie selber ist so quasi aus dem, wie ich es verstehe, aus der gleichen Technologie, die in unserer Zirbeldrüse vorhanden ist, ein bisschen nachgebaut, wenn man sich das so vorstellen kann. Ja, weil die Zirbeldrüse ist das Organ, das wir in unserem Kopf haben, das ist eine Verbindung zu anderer Realität, zur höheren Realität, so andere, also ein Portal in andere Dimensionen aufbaut für uns. Und diese Technologie, die wurde ja auch immer gezeigt, auch damals, also da gibt es auch Zeichnungen, also diese, so eine Art Zeichnung, und man sieht immer die Zirbeldrüse. Ja, und das hat damit zu tun, dass die Zirbeldrüse ein Symbol war für erstens dieses höhere Wissen und zweitens für, dass es eine Anbahnung gibt, also eine Beschreibung der Technologie selber. Und diese Technologie ist das Fundament des Looking Glasses. Und so ist das irgendwie hergeleitet worden über längere Zeit, Jahrzehnten eigentlich. Kann man sagen, wann genau die erste Erwähnung dieses Geräts war, überhaupt? Ich glaube, das war wirklich mit Dan Boorish. Also das war wirklich so Anfang der 2000er Jahre, so fing das an. Und dann kam natürlich auch Bill Wood dazu, ungefähr fast zehn Jahre später. Das ist dann ein zweiter Whistleblower, der sich halt als Whistleblower bekannt gab, weil er an diesem Projekt hineingezogen wurde als Mathematiker. Und er hat diese Geschichte damals zu Carrie Cassidy erzählt, das dann teilweise wieder so halb wahr und halb erfunden oder miss, sagen wir mal, als Disinfo war. Ja, und deshalb Bill Wood, der heißt eigentlich gar nicht Bill Wood, der heißt Bill Broadbreder. Und ob man seine Geschichte glauben kann. Also ich habe auch die Looking Glass Guardians über Bill Wood persönlich gefragt. Und sie haben gesagt, sie haben ihn gekannt, sie kennen ihn. Und er ist tatsächlich, also er sagt auch wirklich halb Wahrheit, halb Fiction. Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal thematisiert hatten, aber vielleicht sprechen wir es nochmal kurz an, falls ja. Gibt es denn mehr Informationen zur Bedienung dieses Geräts? Also die Bedienung von dem Gerät ist, das was man kennt, ist, dass sie Kameras verwendeten, das aufzuzeichnen. Es gibt keine Zeichnungen von irgendwelchen Kontrollen, mit denen man arbeiten kann. Also ich glaube nicht, dass es so ein Gerät ist, wo man einstellen kann, wo man hin will und so weiter. Ich glaube, das ist mehr so, obwohl ich bin mir nicht sicher. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe nichts persönlich gesehen, ich habe nur berichtet über das, was wir wissen. Und wir wissen, wie es funktioniert, dass es ungefähr über sieben Tage, also diese verschiedenen Blickwinkel der Zukunft in dieser Kugel, also in diesem Plasmakugel darstellt. Und dann fängt es wieder an. Und diese, von einer neuen Perspektive, das macht das 144 Mal, insgesamt 2,776 Jahre. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und dann haben sie festgestellt, okay, das läuft in so eine Schleife. Und dann fangen sie an aufzunehmen. Und mit Computer haben sie angefangen, so mit Keywords zu dokumentieren. Damit sie dann, weil sie dann jetzt wussten, mit dieser Version von der Zeitlinie, wissen wir, dass das und das, da und da, dann und dann passiert. Und das lief dann immer bis zu 2030 quasi und dann zurück, ja. Ja, und dann hat es sich wiederholt. Und mit Hilfe von den Kameras und von den Computers, Computer-Stichworte, konnten sie dann entscheiden, okay, also wir wissen, dass das passiert. Und wenn wir jetzt also passiv eingreifen, ich glaube nicht, dass es irgendein Gerät war, wo man einstellen konnte, dass man da was verändern konnte. Es ist ein passives Gerät. Ich glaube, man konnte das Ziel einsetzen, aber man konnte die Details nicht verändern. Und die Details kann man eigentlich nur verändern, wenn man in die Zeitlinie eingreift. Ja, wenn man jetzt weiß zum Beispiel, dass irgendein Politiker gewählt wird oder Politikerin und man will das nicht, dann kann man, wenn man schon in der Vergangenheit ist, den Vorteil haben, dass man in die Zeitlinie eingreift, sodass diese Person nicht an die Macht kommt. Und so haben sie eigentlich begonnen. Sie haben angefangen mit diesem, ja, einzugreifen. Und das hat natürlich einige Paradoxen ausgelöst. Und das führte auch zu verschiedenen, sie haben dann diese Zeitlinien auch bezeichnet. Also die hatten, ich glaube, die zuletzt bezeichnete Zeitlinie, die Dan Burish erzählt hat, war Version 83, also Zeitlinie 83, Version 9. Und dann haben sie aufgehört. Und ich glaube, sie haben, was Bill Wood, wenn man ihm glauben will oder einen Glauben schenken will, gesagt hat, sie sind draufgekommen, dass es egal war, was sie getan haben. Der Ausgang war immer irgendwie zu ihrem Vorteil. Und so fing es eher an, eine defensive Aktion zu werden, dass sie versucht haben, zu verhindern, dass Sachen sich ändern, weil sie die Zeitlinie so haben wollten, wie es eigentlich ging. So konnten sie mit der Zeit spielen. Deshalb heißt die Doktrine auch, Doktrinen mit der konvergenten Zeitlinien Paradoxen. Ja, weil mit der Rückkehr der J-Rods, diese Zukunftsmenschen, haben sie ausgelöst, diese Paradoxen. Und das wird dann in diesem Dokument ziemlich interessanterweise erklärt, mit Sprache, die eigentlich wissenschaftlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so gängig war. Das ist eigentlich erst jetzt so gängig. Das fand ich eigentlich am interessantesten, weil die ganzen Ausdrücke, ohne auch, dass sie wussten, dass es einer Kataklysmus auf uns zukommt, das ist interessant, weil das war nicht wirklich bekannt. Also mindestens nicht Mainstream. Das war eigentlich nur bekannt in den engsten militärischen Kreisen, dass eine Katastrophe auf uns zukommt. Und deshalb, das war für mich, als ich das nachgegangen bin, natürlich will man ja viele andere Wege finden, ob das jetzt wahrhaftig ist. Und diese Realität, dass ein Kataklysmus auf uns zukommt und genau irgendwie in diesem Zeitfenster, wo wir uns jetzt befinden, das die J-Rods beschrieben haben, hat übereingestimmt. Und dass es Geheimwissen ist, hat auch übereingestimmt. Das waren einfach, es gab Corporal White und es gab Admiral James Byrd, die haben in Arktis und Arktis respektive Beweise gefunden für diese Katastrophe, dieses Kataklysmus, das auf uns zukommt. Und diese Dokumente wurden strengst verheimlicht. Und deshalb ist es geheime Sache. Und deshalb würden nur Militärinsider, die an diesem Projekt arbeiten, darüber wissen. Das ist eine glatte Bestätigung, dass sie eigentlich tatsächlich diese Zeitlupe hatten. Und das Looking Glass haben sie sicher verwendet, um zu sehen, wie sie davon kommen oder wie sich das ändern würde zu ihrem Vorteil. Weiß man oder weiß jemand mehr über den Aufenthaltsort dieses Geräts? Also man weiß, dass es in Area 51 S4 ist, im fünften Stock unterirdisch. Aber ich habe auch schon andere Berichte gehört von Freunden und Netzwerk, das ich in Europa habe, dass die Russen auch ein so ähnliches Gerät haben. Und ich glaube, laut Dan Bursch gab es auch mehrere davon. Also es gibt sicher, ich glaube, er wurde so direkt angesprochen auf diese Frage und hat gesagt, es gibt sicher also möglicherweise schon mehr als zwölf von diesen Geräten weltweit. Die haben ja eine internationale Committee. Das ist ja diese Committee of the Majority, weil sie mussten diesen Vertrag schließen, wo die Russen auch beteiligt waren, weil sie draufgekommen sind, dass die Russen ihre eigene Intel hatten und sie würden lieber mit ihm im Boot sein, damit sie quasi halt deine Feinde nahe, weil dann kannst du sehen, was sie da tun. Keep your friends close and your enemies closer. Es gibt das Gerücht, dass es im Vatikan auch so einen Chronovisor gibt, der auch ähnliche Eigenschaften hat. Da stellt sich mir auch die Frage, gibt es von sumerischen Aufzeichnungen bis zum heute stattfindenden Looking Glass Programm irgendwas, was die Brücke schließt? Könnte das Bernsteinzimmer eventuell auch so eine Art Mechanismus sein? Das sind so Fragen, die mir da gerade aufkommen. Kann ich nicht beantworten, aber ich weiß, dass die Chronovisor-Technologie, die, glaube ich, war auch echt. Und wir haben es ja in unserem Film Packing from Mars, wir hatten ja einen Whistleblower dabei, der an diesem Projekt beteiligt war. Nicht direkt der Chronovisor den Pellegrini Ornetti erfunden hat in Italien, aber der Nachfolger, weil wie uns die Geschichte von Professor Ernst Sankowski erzählt wurde, der ist ja ein Experimentalphysiker, er lebt nicht mehr und mindestens nicht im physischen Körper. Und er hat uns über diesen ganzen Chronovisor und seine Erfahrung darüber erzählt, dass eben genau das passiert ist, als sie dann diese Bilder abgefilmt haben. Es war so ein Gerät, das auch eine Art schwarz-weiß holographische Darstellung in den Raum hergeleitet hatte. Sie haben das gefilmt und natürlich dann dem italienischen Geheimdienst, was anscheinend, jetzt weiß ich das durch neue Verbindungen, die ich neulich gemacht habe, die ihn kannten. Ich habe noch mehr über erfahren über seine Erfahrungen mit dem Gerät, aber er hat das wirklich, glaube ich, bereut, dass er diese Informationen an diese Menschen gegeben hat, weil sie haben dann das Gerät, und das hat auch Ernst Sankowski bestätigt, sie haben es beschlagnahmt, weil für ihn war das zu gefährlich, im Wilden zu lassen, weil wenn irgendein privater Wissenschaftler so ein Gerät hat und da mit der Zeit und irgendwie Sachen rumschrauben kann, das ist gefährlich. Und das haben sie dann auch genommen. Aber wie wir es verstehen durch Andrew Bischago in Amerika, ist das nicht verschwunden, sondern es ist einfach, ja, also man hört hier öfters, wie CIA und Vatikan sehr eng verbunden sind, und das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass die dann dieses Gerät nach Amerika, und es hat sich dann in DARPA, innerhalb der DARPA-Gruppe, weiterentwickelt mit Kombination aus den Informationen, die sie von den Überbleibseln von Nikola Tesla gefunden haben. Also sie hatten ja Nikola Tesla's Schatz von vielen, vielen hunderten Patenten, die eigentlich noch nie angemeldet waren oder ausgebeutet waren. Und eines davon war so eine Art Teleportationstechnologie, und sie haben diese, wie ich es verstehe, die Teleportationstechnologie zusammen mit dem Chronovisor weiterentwickelt, sodass sie dann quasi eine Zeitmaschine mit Teleportation hatten, wenn man sich das vorstellen kann. Ziemlich abgefahrene Sache eigentlich. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, über die Wahrscheinlichkeit der eintretenden Zeitlinien, und da hast du ja gesagt, dass die Prognosen so stehen, dass diese negative Seite, die vom Deep State gewollte, diese Transhumanismus-Variante, eher sehr in der Wahrscheinlichkeit steht, als die Erde 2.0, die positive, die, wo wir hinaus wollen. Hast du da neue Informationen, ob diese Prognosen sich irgendwie schon angepasst haben, geändert wurden? Gibt es da überhaupt neue Informationen zu? Oder sind wir da immer noch auf dem alten Stand? Also direkte Botschaften gibt es nicht mehr, leider. Also diese Looking-Glass-Guardians haben einfach gemerkt, und es war auch klar und offensichtlich, alle Kommunikationswege, die sie verwendet haben, um eine klare Botschaft in die Welt zu tragen, wurden sabotiert oder korrumpiert oder einfach vernichtet. Und das Letzte, was man erfahren hat, ist eben von diesen Gideon mit dieser White Hat Whistleblower, also White Hat Hackers, die an dieser neuen Technologie arbeiten, mit einem digitalen Geldsystem, das sie behaupten, in der sehr nahen Zukunft eingeschalten wird. Und diese Information über diese besondere Art von digitalen Währungssystemen ist natürlich sehr brisant. Und weil man hört ja jetzt heutzutage, und ihr wisst das sicher, dass es über eine digitale Währung hoch diskutiert wird momentan. Die EU sagt, also die EU-Zentralbank sagt, die wollen es in Oktober in diesem Jahr schon einführen. Ja, das ist schon eine ziemlich unheimliche Geschichte, wenn sie das tatsächlich wollen, weil das ist ein sehr schnelles Tempo. Würde mich aber auch nicht überraschen, wenn ich sowas höre, weil die Gideon und seine Hackers meinen, dass das Tempo sich beschleunigt hat. Und das bedeutet für mich, indem wir diesen April-Event, 18. April, irgendwie so, wir haben so viel Aufmerksamkeit drauf gebracht, dass das verhindert wurde. Und ich glaube, seitdem, ab dem Zeitpunkt ist, ist alles irgendwie auseinandergebrochen. Und sie müssen selber neu konfigurieren, aber ich glaube, der Zeitdruck an ihnen, auf ihrer Seite ist erhöht worden. Und deshalb überrascht mich jetzt nicht, dass ich höre, dass die ECB digitale Währung schon diesem Jahr im Oktober einführen wird, weil diese digitale Währung ist ja ein großer Teil von der Zeitlinie, die sie verwirklichen wollen. Also, das heißt, es ist irgendwie Scheiße gegangen für sie. Könnte man so sagen. Ich glaube, wir haben was ausge... Also, man muss davon ausgehen, dass wir schon mit unserem Bewusstsein was bewirken können mit unseren Aktivitäten und mit unserem Zusammenschließen. Und das wäre für mich einfach die Bestätigung dafür, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Und dass das Tempo jetzt gestiegen ist. Ich habe auch wieder neulich gehört, dass 2030, Agenda 2030, jetzt auf 2025 geschoben wurde. Das kann nur bedeuten, dass sie wissen, sie müssten schneller handeln, weil es gibt eine Art Erwachen und das glaube ich, das erleben wir alle jetzt momentan, dass viele Leute in der Welt jetzt gerade erwachen, schneller und mehr, als man vielleicht erwartet hätte. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie uns diese Prognosen gegeben haben, haben viele noch geschlafen. Und es ist Wahnsinn, wie viel in einem Jahr passiert ist eigentlich. Und ich würde hoffen, dass wir das noch weiter exponentiell, dass sich das so entwickeln könnte, dass wir wirklich nicht nur unsere Zeit, also deren Zeitlinie ändern oder stoppen, aber dass wir einfach eine neue Zeitlinie, diese biologische, naturbiologische Zeitlinie wirklich kraftvoll hier verankern, weil sonst haben wir wirklich, wie pathetisch und dramatisch es auch klingt, nicht mehr so viel Zeit als naturbiologische Menschen auf diesem Planeten, weil diese Transhumanisten, die pushen volle Kanne mit ihrer Technologie. Ich habe gerade ein Interview gemacht mit Dr. Anna Meherchia. Sie ist einer der führenden, also ein Wissenschaftler in diesem Gebiet, sie arbeitet mit Teams, 26 verschiedene Teams weltweit, die mit diesen Nanobot-Technologien, die in den Impfstoffen enthalten ist, arbeitet und versucht, das zu entziffern. Das ist genau das, was in den Looking Glass Guardians beschrieben wurde. Die haben ja gesagt, innerhalb von diesen Impfstoffen ist eine Technologie, die uns davon abhält, dass wenn ein kosmisches Ereignis eintritt, das erwartet wird, dass wir dann nicht den positiven Schub bekommen, aber dass wir da irgendwie abgeschaltet werden. Ja, und das ist auch hier, also ich kann es euch, hier, es gibt sogar, die J-Rods haben uns da auch drüber erzählt. Hier, ich kann es euch auf dem Bildschirm geben. Ja, das DCTP, dieses Doktrin der konvergenten Zeitlinien-Porodox, deutet darauf hin, dass die Menschen der Zukunft vor einer bevorstehenden Umweltkatastrophe warnen, die auf die mit der galaktischen Energie von 2012 verbundenen natürlichen Stargate-Verstärkungen in unserem Sonnensystem folgt und möglicherweise durch die Anwesenheit einiger künstlicher Stargates auf der Erde ausgelöst wird. Wenn diese Zukunft eintritt, ist es eine Zukunft, die zu einer Entwicklungsevolution zum Guten oder zum Schlechten verschiedener Fraktionen zukünftiger Menschen führt, die jetzt als J-Rods, okay, schlechte Übersetzung, ETs oder Orion-Tals bekannt sind. Und dann Nummer vier steht, dass DCTP legt nahe, dass es eine Zukunft gibt, in der eine mögliche Polverschiebungsbedingte Umweltkatastrophe abgewendet wird und nicht eintritt. Und in dem Bezug auf diese andere Zeitlinie wird sich die Zukunft, in die die J-Rods, wie wir sie kennen, hervorgebracht hat, niemals aus unserer eigenen Entwicklung, also aus unserer eigenen Entwickeln. Und wir haben einen neuen Weg eingeschlagen. Ja, das ist eine, nochmal eine Bestätigung von eigentlich das, was hier jetzt gerade passiert. Okay, 2012 kann man rauswerfen. Ja, die Frage ist, wann ist überhaupt 2012? Ja, aber ich glaube, wir sind tatsächlich in einem energetischen Bereich angekommen, der in diesem Dokument beschrieben wird. Und es gibt halt diese künstliche und natürliche Stargates. Ich vermute, sie haben die künstlichen Stargates ausgeschaltet. Und deshalb ist das damals nicht so gegangen, wie sie da erwähnt haben. Aber alles andere stimmt, ja. Und wir haben tatsächlich jetzt gerade wieder diese Bedingungen oder überhaupt jetzt, wir sind in diesem Punkt angekommen, in unserer Galaxie, wo tatsächlich diese Energie auf uns zuströmt, die unser Bewusstsein verändert. Und das geht zurück auf diese Zirbeldrüse-Aktion, die ich am Anfang erwähnt habe, weil die Zirbeldrüse ist der Schlüssel. Warum? Weil die Zirbeldrüse in Resonanz geht mit den Schumann-Frequenzen der Erde auf acht Hertz. Und diese, die Zirbeldrüse hat eben das Potenzial, in diese anderen Dimensionen einzugreifen und es produziert in unserem Körper sehr, sehr starke Chemikalien, die uns in einen alternativen Bewusstseinszustand verschieben. und eines davon ist Tryptomien und das versetzt Leute, also auch als DMT bekannt und es versetzt einen in einem alternativen Bewusstseinszustand, wo man andere Dimensionen sieht. Und die Zirbeldrüse aktiviert das und in unseren ersten vier Lebensjahren sind wir quasi komplett, also in diesem DMT-Zustand, wo wir nicht einmal erkennen können, was real ist und was noch in der Dimension, aus der wir hergekommen sind, ist. Deshalb sehen ja viele Kinder unsichtbare Freunde und so weiter, es gibt viele solche paranormale Erlebnisse, aber die verschwinden dann und es ist schon von Rick Strassman, er hat ja eine Probanden Untersuchung gemacht mit einige Dutzend verschiedene durchschnittliche Menschen, wo sie dann DMT ausgesetzt wurden und haben berichtet darüber, was sie gesehen haben und sie haben tatsächlich diese andere Welt erlebt und zwar nicht jeder hat etwas anderes erlebt, sondern es gab Überblendungen, also es gab tatsächlich eine Art, könnte man sagen, so ein Gerüst von einer anderen Realität und vielleicht ist das diese andere Welt, in der wir eintreten werden oder vielleicht brauchen wir einfach diese Einsicht, die dann stimuliert wird durch diese Strahlung von unserer Galaxie, die dann auf natürliche Art und Weise uns in diesem neuen Zustand bringt, wo wir einen Sprung machen können in einem neuen Bewusstseitsgrad, weil ich glaube, das ist eigentlich hier, was wir alle brauchen und wollen und ich glaube, es ist nötig, weil wenn es so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, wir wissen ja, wo es hinleitet, also irgendwie nichts ändert sich, wir scheinen in diesem Zyklos Vizoso zu sein, der immer wiederholt und außerdem haben wir diese Transhumanisten auf die Fersen und sie wollen auf jeden Fall ihre Realität verwirklichen, wo sie mit KI und einer Fusion der Biologie der Menschheit selber zu Götter werden, weil es sind ja alles Atheisten, muss man schon sagen, die glauben an keine Schöpferkraft oder keinen Schöpfer oder dass wir besonders sind, sondern sie glauben, sie könnten die DNA, die sie eigentlich nur als ein Code sehen, verändern und das tun sie auch und das haben sie auch geschafft, der ist ja eigentlich nur ein Code und sie verändern den Code und wenn sie schaffen, diese Realität herzuleiten, dann, sie haben sie ja schon begonnen, also die, diese ganzen Impfstoffe, wie ich eben erklärt hatte, die sind ja dafür geschaffen worden, um uns von innen auf der DNA genormäßig umzuschreiben, als ob sie unsere Festplatte eigentlich quasi umschreiben, eine neue Software installieren und uns umwandeln. So, jetzt habe ich eine Menge geredet, wahrscheinlich ein bisschen daneben. Genau, richtig. Du sagtest ja gerade, dass zum Beispiel bei Kindern diese Wahrnehmung dieser erweiterten Welten schon stattfindet und dann in den ersten Lebensjahren aufhört. Vielleicht passiert das ja auch, weil wir uns in einer Lebensumgebung befinden, in der die natürliche DMT-Produktion durch äußere Einflüsse gehemmt wird oder komplett unterdrückt wird und die Kinder dann dementsprechend gar nicht mehr in diese Wahrnehmungsebenen kommen. Und der andere Punkt war ja auch, dass dieses, dass der Deep State oder diese negative Zeitlinie immer mehr Zeitdruck, immer mehr Tempo, immer mehr Hektik und Eile reinstreckt, die Pläne umzusetzen. Wenn es sich aber dabei um dieses Cosmic Event handelt, das müsste ja eigentlich an einem fixen Punkt stattfinden, wo auch immer es sein soll. Wenn es dann von außen kommt und einer von außen ein äußerer Einfluss ist, der bei uns dann diese Funktion der Zirbeldrüse eventuell wieder komplett freischalten könnte. Aber wenn doch dieses Tempo immer weiter zunimmt, da liegt ja auch die Vermutung nahe, dass dieses Cosmic Event vielleicht gar nicht irgendwas von außen zugeführt ist, sondern dass immer mehr Menschen bei sich selber diese Funktion freischalten und durch dieses gemeinschaftliche Feld, dieses Kollektivfeld der Menschen dann auch immer mehr bei den anderen diese Möglichkeit viel leichter wahrzunehmen ist, umzusetzen ist und dadurch, dass es auch immer mehr Menschen werden, die damit in Kontakt kommen und die damit mit diesen Science-Ebenen ihr Bewusstsein erweitern, auch dieses Event immer mehr nahe kommt, weil vielleicht ist es ja gar nicht von außen, vielleicht ist dieses Event ja eine plötzliche hunderte Affenreaktion, dass bei den meisten Menschen dann plötzlich genau dieser Impuls ausgedrückt wird, ausgebrochen wird und somit dieses Cosmic Event eigentlich das erwachende Menschheit an sich ist, ohne einen Ausfall. Das war ja Bill Wood seine Aussage, aber was du sagst, ist gar nicht so verrückt, weil eigentlich ist das Innere auch das Außere und das Außere das Innere, ja, es ist verspiegelt, wir lernen ja mehr und mehr, dass wir eigentlich nur einen Teil von, also dass wir unser Körper hört ja nicht hier auf, wir sind einfach, wir erweitern uns direkt hinaus in den Kosmos, ja, so das ist gar nicht so weit hergeholt. Die Tatsache ist aber, dass wirklich diese Messungen bestätigt wurden in letzter Zeit, die werden auch gemacht von einem Event, das im Zentrum unserer Galaxis stattgefunden hat. Wir haben in unserem Film Solar Revolution darüber berichtet, dass es diese Welle gibt, die im Zentrum, es gab so eine Plasma, so eine Plasma-Wolke oder Planet, wie auch immer man ihn bezeichnet wird, der wurde im Zentrum unserer Galaxie in Sagittarius A reingesaugt. Und wenn das passiert, das löst sowas von einer Explosion von Energie aus, wenn es dann vollständig, also wenn es vervollständigt wurde, dass diese Energie ausstrahlt, 360 Grad, also es kommt auf uns zu. Und das haben wir in dem Film erzählt und vor zwei oder drei Wochen haben Suspicious Observers selber, die sich natürlich mit den wirklich aktuellsten Papieren und wissenschaftlichen Daten auseinandersetzen und sie haben genau das Thema, haben sie dargestellt, wie diese Welle und sie haben sogar einen Punkt, also berechnet, weil sie haben jetzt diese Welle mit ihren Sensoren gespürt und sie haben ausgerechnet, dass diese Welle ausgelöst wurde vor 26.000 Jahren, genau im Zentrum unserer Galaxie und es dauert jetzt so lange, bis diese energetische Welle sich ausgebreitet hat, bis sie uns erreicht und der Zeitpunkt, you know, the crest of the wave, als Surfer würde man sagen, genau da an der Höhepunkt dieser Welle, rat mal, wenn das sein soll, um die 2030, also in den nächsten so sechs bis zehn Jahren wird das auf uns eintreffen. Wir haben es jetzt, also wir spüren jetzt schon. Man spürt es jetzt schon, ja. Man spürt es jetzt schon, also wie alle Wellen, wenn du einen Stein in den See wirfst, ja, dann kriegst du immer die kleinen Wellen und dann kommt dann die große Welle, ja, und dann wird es dann wieder gefolgt und wir sind schon, wir spüren schon diese ersten Wellen, also das heißt, es gibt tatsächlich im Außen, Äußeren, okay, also wie auch immer man es sehen will, als Vererweiterung unseres Körpers, gibt es eben diesen Energieschub, der auf uns zukommt, der wurde gemessen, von Instrumenten, die wir erfunden haben, die wirklich, die es wirklich gibt, das kann ich bestätigen, weil ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler, mit denen wir in Kontakt sind, einfach Sachen erfinden. also, es gibt auf jeden Fall etwas, das auf uns zukommt und das sollte jetzt mal demnächst eintreffen und das ist alles irgendwie stimmig, muss ich sagen, muss ich sagen, alles von Looking Glass Guardians bis J-Rods bis NASA, in diesem Bereich ist NASA nicht, also quasi, im Apollo-Bereich tätig, alles zu verheimlichen, es ist eher, dass sie nicht darüber berichten in den Mainstreams, hauptsächlich. Wir wissen ja von Beard, der macht ja gerade Messstationen mit einem Netzwerk von Leuten weltweit, weil die Nordpol-Wanderung, die Magnet-Nordpol-Wanderung, die Messungen wurden immer berichtet, offiziell, man konnte auf einer Website landen und sehen, wo der magnetische Nordpol sich gerade befand und das haben sie vor einigen Jahren aufgehört. Ja, und Gene, ja, und Gene hat dann angefangen, Maverickstar heißt sein YouTube-Kanal, du kannst es dir aufsuchen und er hat angefangen mit einem Team, die sich selber das Equipment angeschafft haben, wirklich tausende von Messungen über die letzten Jahre durchzuführen und hat uns jetzt dargestellt und gezeigt, dass dieser Nordpol tatsächlich wandelt und es auf einem gewissen Punkt zusteuert. 40 Grad ist dieser Punkt, wo ein Kippungs-, ein Tipping-Point erreicht wird, wo tatsächlich, wenn dieser Punkt erreicht wird, nach den Experimenten, die sie durchgeführt haben, dass es einen Pol-Shift auslösen könnte. Die Frage ist nur, ist es nur ein rein magnetischer Pol-Shift oder wird die Kugel der Erde auch sich drehen? Ja, und da kommt wieder, genau, die die Sachen von von White und Bird ins Spiel, die in den 40er- und 50er-Jahren entdeckt wurden in Antarktis und in Arktis, wo sie draufgekommen sind, tatsächlich gibt es diesen Wandel und der passiert in Zyklen von ungefähr 12.000 Jahren überhaupt. Und wir haben das letzte Mal, wo das registriert wurde, war vor 12.000 Jahren. Also ausgerechnet ungefähr jetzt sind wir, stehen wir vor einem Pol-Flip. Ja, und das ist dann auch wieder vereinbar mit der, mit den Aussagen von den J-Rards. Die einzige Frage, die offen bleibt, und das ist für mich interessant, ist das, und ob unser Bewusstsein tatsächlich eine Änderung dieser Zeitlinie auslösen kann, sodass diese Katastrophe, wie eben gerade, wo ich euch vorgelesen habe, verhindert werden kann, durch unser Bewusstsein. Und du hast gesagt eben, dass wir selber als Menschheit, wenn wir so irgendwie auf diesen Punkt kommen, geistig, dass wir eine Energie aufbauen, und dass diese Energie vielleicht dieses kosmische Event ist. Das ist auch nicht so weit hergeholt, weil diese Energie, und wir haben mit Michael Persinger in unserem Film Solar Revolution darüber geredet, er analysiert ja genau die Energie, die von einem Gehirn entwollt, wurde alles schon ausgerechnet, in einem Leben generiert wird. Und tatsächlich ist es so, dass wenn genug Menschen auf der Erde sind, dass die Volt pro Kubikmeter der Menschheit einen Punkt erreicht, wo es das überschreitet, dass die Erde selber generiert. Und diese Zahl von Menschen liegt ungefähr bei 8 Milliarden. Zufall, oder? Ja, ich denke, da wird eine gewisse Art Resonanzfeld der Menschheit benötigt, um diese Energie dann auch empfangen zu können. Und da ist Zeit echt relativ, dann glaube ich, ja. Aber wie gesagt, es ist halt ein aktives Programm, das jetzt gerade läuft mit Leuten, die nicht glauben an irgendwelche Schöpferkraft und solche kosmische Orchestrierung, sondern sie glauben einfach an nichts, ja. Und sie glauben, dass sie es besser machen können. Sie sind an den Punkt gelangt jetzt, wo sie tatsächlich umsetzen können. Es ist kein Science-Fiction mehr. Vor 20, 30 Jahren könnte man sagen, ja, das wird niemals passieren und so weiter, das gibt es nicht, ja, aber jetzt gibt es das. Sie haben die Patente schon dafür, sie experimentieren schon. Die KII, also, you know, die Chat-JPT4 ist ja schon so weit und das ist nicht einmal die starke KI. Ja, es wird jetzt gerade hinter den Kulissen debattiert, ob sie die starke KI weiter, ob sie nicht einen Stopp, einen weltweiten Stopp an die Forschung von starken KI unbedingt umsetzen müssten, weil es wird ein Punkt kommen, wo wir die KI nicht mehr bremsen können und die Transhumanisten, die wollen das natürlich, ja, weil sie sehen die KI umso besser als eine von ihnen erstellte Lebensform, mit der sie dann zusammen fusieren und dann Götter werden. Ja, und dann lässt es uns biologischen Menschen natürlich im Schatten. Deshalb gibt es ja Neurolink von Elon Musk, das war ja der einzige Grund, warum er angefangen hat mit Neurolink, weil er wusste, also in seinem Anblick mit den Kreisen, in denen er verkehrt, dass diese Leute, dass dieses Ziel existiert und der einzige Weg, Menschen, biologische Menschen irgendwie eine Chance zu geben, da mitzuhalten, ist Neuronen in den Kopf reinzuschrauben, die dann mit dem externen, mit dem Internet verbinden und verkehren können. Der Ursprung auch von Robotern zum Beispiel sagt eigentlich auch nur aus, dass es ein Wesen ist, was es nicht schafft, sich selbst zu ermächtigen. Das verstehe ich jetzt nicht genau, kannst du es mir in anderen Worten, also da fällt mein Deutsch ein bisschen kurz leider. Also das Wort Roboter, das ist ja ein Sinnbild für Technik und wie ein Lebewesen als Maschine quasi ist, das ist ein Roboter und der Ursprung dieses Wortes liegt im Russischen und sagt nichts anderes aus als so eine Art Sklave oder halt Wesen, was nicht in der Lage ist, sich selbst zu ermächtigen. Ne, ich glaube, das ist Tschechisch und heißt einfach nur Arbeiter. Ja, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe immer so etwas ähnliches gelesen, ja, das symbolisiert einfach ein gesteuertes Wesen, ja, das nicht in der Macht ist, sich selbst zu bestimmen und freien Willen auszuüben. Ja, weil es geht hier wirklich, das ist auch, freie Wille ist ja auch eins von diesen großen Themen, ja, aber es geht ja hier wirklich um die, das ist jetzt gerade, eigentlich könnte man es, und es wird auch so von vielen bezeichnet, mit denen ich immer kommuniziere, es ist ein spiritueller Krieg, es ist eine Kriegsführung jetzt gerade, wo wir eigentlich, und im Sinne von freien Willen, es ist der Krieg gegen den freien Willen, ja, weil der freie Wille, der kann eigentlich nur ausgeübt werden, wenn wir absolute Souveränität und uns in unserer Schöpferkraft eintreten, ja, man sagt öfters, man muss nur sich selbst sein, das wurden schon von einigen diesen Botschaften, die ich mit Dieter Bröhrsdorf, wir haben eine Webserie produziert, wo wir über diese, also es hieß Possible Futures, wo wir über diese Botschaften von interdimensionalen Wesen uns unterhalten haben und einige der Botschaften, da stand, das Einzige, was wir tun müssen, um weiterzukommen, ist uns selbst zu sein, ja, das klingt irgendwie ein bisschen nebulös, aber wenn wir selbst, wenn das bedeutet, dass wir selbst Schöpferwesen sind, dass wir die Schöpferkraft haben und wir sind es noch nicht, ja, wir haben diese Schöpferkraft in uns, aber viele Leute üben sie einfach nicht aus, weil sie auf Autoprogramm laufen, sie wurden von Geburt an konditioniert, in der Schule und wie auch immer sich an dem System, in der Society sich so da anzupassen und dann zuerst lernt man eigentlich, und das hat auch mit diesem DMT-Zustand zu tun, wo man dann eigentlich nur verbunden ist mit der Schöpferkraft, das wird ausgeprägt und dann kommt einfach diese Autopilot-Geschichte, die wird eingeprägt und dann werden wir erstmal in dem Leben reingeführt, um uns anzupassen an einem existierenden System, je nach welchem Land man lebt, was die Kultur ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und man passt sich an und bis man da durch ist, kommt man dann an einem anderen Ende raus, wenn man so 18, 20 Jahre alt ist, voll programmiert und dann beginnt man sein Leben als Erwachsene und was tut man? Da hat man die Gelegenheit, freien Willen auszuüben und wirklich einen eigenen Weg zu gehen und was tun die meisten? 99% gehen den konditionierten Weg der Anpassung und holen dann den Job, den sie sich dann irgendwie eingebildet haben, den sie nehmen sollten, damit sie dann was auch immer Geld verdienen oder zufrieden sind oder moralisch das tun, was sie wollen und dann steigen sie da ein und bis sie dann da durch sind und dann den Job einstarten, dann sind sie wirklich gefangen in diesem Weltblick und das ist nicht freie Wille. Ja, es wird auch ausgerechnet schon wissenschaftlich, dass der freie Wille, also dass der Wille, also wenn du eine Entscheidung triffst, dass du was tun willst, das ist schon eine halbe bis zu 10 Sekunden vorher für dich entschieden. Das wurde auch schon ausgerechnet. Das heißt, wir sind eigentlich nur am Ausführen des Programms, das schon in der Vergangenheit ausgelöst wurde. 10 Sekunden, bis zu 10 Sekunden hinter uns wurde das ausgelöst und wir sind eigentlich schon nur im Tun und das ist nicht freier Wille, das ist Ausführen des Programms. Wir müssen dieses Problem lösen und das, dazu müssen wir uns neu konditionieren. Dafür müssen wir es unterstützen und erlauben, dass in der Gesellschaft solche kreative innovative Ideen probiert werden können und dass wir uns damit unterstützen. Alleine so sowas zum Beispiel, wenn man den Narrativ der Gesellschaft infrage stellt. Lass uns mal Covid anschauen. Das kam raus, es wurde uns gesagt, es gibt Viren und diese besondere Vire, der ist tödlich und der versteckt sich hinter jeder Ecke und kann nicht auf dich drauf springen und dich töten. Ja, also perfekte Angstporn, ja, also Paranoie purer und auf Basis von einem Modell, das überhaupt nicht stimmt, weil es wurde noch nie wirklich bewiesen, dass ein Vire, ein Viren, dass Viren überhaupt existieren und dass sie Krankheiten auslösen. Ja, die Partikel, die uns da gezeigt werden, ja, das sind so, es gibt ja andere Leute, die uns zeigen, dass das Zellausscheidungen sind, in einem, also einer einer Reinigungsprozess und die Pharmaindustrie nimmt dann diese Ausscheidungen als der Ursache, als die Ursache und das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel und wir haben alle natürlich selten von dieser anderen Anblicksweise der Biologie was gehört und besonders die Hochausgebildeten, die sind noch am Verblödesten, weil sie haben ja dieses System, dieses Pharma-System aufgedrängt bekommen und sie haben nie gedacht, woanders hinzuschauen, weil sie haben sich nur bemüht, das zu merken und zu, zu erinnern, was sie da lernen mussten, um die ganzen Tests zu überstanden, damit sie dann absolvieren und den großen Job bekommen und dann haben wir dann diese Krise bekommen, wo wir uns bis zum Lockdown geführt haben, wo wir unsere Verfassungsrechte zur Seite geschoben haben, weil wir an dieses fiktive Modell, nicht durchgedachte Modell geglaubt haben und alle, die versucht haben, das anzuzweifeln, was ist denen passiert, die wurden ausgegrenzt als Idioten oder gefährliche, sogar Terroristen, wirklich, das ist ja Wahnsinn, was die uns als Querdenker gemacht haben, die einfach nicht an diese anderen Systemen glauben wollen, auch Beweise dafür hatten. Das war eine Bedrohung für dieses System und bis wir es schaffen, in unserem System den Boden sicher zu machen für diese Querdenker mit guten Ideen, dann haben wir dieses Problem als wiederholende Schleife, es kommt die nächste Krise, vielleicht kommen sie nächstes Jahr oder dieses Jahr mit einer Umweltkrise auf uns zu. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas gelesen dazwischen den Zeilen, dass da eine Art Klima-Lockdown auf uns zukommt. Wenn wir dumm genug sind, dass wir glauben, dass CO2 der Auslöser ist von einer Erwerbung des Globalen, der Erderwärmung, ohne zu selber ein bisschen nachzuforschen und zu sehen, dass die CO2-Werte in der Atmosphäre der Erde schon viel wesentlich das Mehrfache höher waren in anderen Zeiten, bevor die maschinelle Industrie-Revolution überhaupt stattgefunden hat, dann glaubt man eben so einen Scheiß. Man fällt dann wieder in dieses Lockstep, man fällt wieder in die Programmierung, das ist dann nicht freie Wille, sondern es ist wieder dieses Programm. Und das ist genau, was der P-52-J-Rads uns sagen wollte, wir haben eigentlich die Möglichkeit, aus diesem Programm auszuscheiden und nur dann, eigentlich können wir diese Zeitlinie abschütteln. So sehe ich das, obwohl viele das nicht unbedingt so sehen wollen. Viele glauben, es wird dann zwei Zeitlinien geben und die Bösen gehen dann auf ihre und die Guten gehen auf ihre, aber überlegt euch mal, also wirklich, wie viel Anteil der Gesellschaft ist aufgewacht, im Großen und Ganzen, eins pro Tausend vielleicht, eine Promille, also das ist homöopathisch. Was wollen wir, ein paar Tausend auf die neue Zeitlinie steigen und dann acht Milliarden minus die Tausend werden da, also ich glaube nicht, deshalb glaube ich eher an eine Konsens. Die Konsenszeitlinie wird uns mitreißen. Wir müssen die neue Konsenszeitlinie selber in den Boden verankern und verwirklichen und wir haben wenig Zeit, das noch zu tun, aber ich bin absolut noch zuversichtlich und deshalb höre ich auch nicht drüber zu reden und Vorträge zu halten und was auch immer, weil ich bin erst dann überzeugt, dass wir es nicht schaffen, wenn es eingetreten ist und bis dann werde ich ein Kämpfen, bis wir es schaffen. Diese selbstlimitierenden Basisannahmen auflösen, die uns einprogrammiert wurden von klein auf, von denen wir glauben, dass wir es nicht schaffen können, obwohl so viel Talent und Möglichkeiten in uns stecken, ist ähnlich wie dieses Prinzip mit dem Hummeln. Es heißt ja, nach den gängigen Regeln der Physik könnte die Hummel gar nicht fliegen und jede kleine Hummel, das in der Schule lernen würde, dann könnten die auch nicht fliegen. Dann würden die genau danach leben und diese Basisannahmen halt ausleben. Es ist eine Unmöglichkeit, dass eine Hummel fliegen kann, eigentlich. Gut, dass sie das nicht wissen. Das sagt man ja. Die Hummel sollte eigentlich nicht fliegen können, aber sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht, genau. Also ich habe auch, weil ich auch Künstler bin, habe ich mich auch, ich habe auch gedacht, also ich mache ja zum einen mache ich Vorträge und Webinars und Filme, aber ich habe neulich gerade wieder mir irgendwie gedacht, ich mache jetzt einen Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der heißt auch Singularity. Das ist so ein Zwei-Minuten-Film. Habt ihr den gesehen? Nein. Das ist die Zeitlinie, die von den Looking-Glass-Guardians beschrieben wird, die gute. Wollt ihr den sehen kurz? Ich kann ihn ja vorspielen. Ja, gerne, wenn du das kannst. Sehr gerne. Ja, ich spiele euch den kurz vor. Warum nicht? Das Ganze, das ist, da habe ich jetzt mal ein bisschen von der dunklen Seite was genommen. Das heißt, ich habe selber die KI, mich an der KI bedient, weil ich, weil die Looking-Glass-Guardians haben uns über diese andere Zeitlinie erzählt und was dann passiert mit den, mit den, mit den Eliten. Und so habe ich das jetzt visuell in diesem kurzen Video dargestellt. So zeige ich das jetzt. We are the guardians of the Looking-Glass. We are a group of former intelligence officers and military officials who have come together to release classified information about future events to come. Our knowledge comes from our work on the Looking-Glass artifact, first discovered in Iraq in the 1990s. We were able to see dozens of future timelines and the convergence for Singularis that led to two possible outcomes by the year 2030. In one outcome, humanity awakens and the current order is dismantled. An event then occurs and instead of this event being negative, it is a positive one. Billions of people go outside during the cosmic event and receive cosmic particles that upgrade their DNA and extradimensional vibratory signature. Within weeks, they gain a youthful appearance, psychic abilities and enchanted physical and cognitive function. The power structure. They also receive this cosmic upgrade. But due to their existing negative energies, it is not absorbed as well. The cosmic event only gives them small benefits and they are left mostly homeless to beg on the streets. Humanity does not take revenge on them. But instead, humanity takes pity on them. And there are groups that offer them some food and shelter. There can be any large-scale revolution and so there is a personal evolution to get them. Yeah, that is so the Fantasie, yeah? The Fantasie or the Manifestation, the in the room is? Well, I was found out, if you want to me, if you want to into your life, it was always the rule to be I could only this visualize that I first visualise. I must see it. Und deshalb dachte ich mir, wir haben immer nur öfters von der negativen Zeitlinie gehört, über die WEF-Hörmung die ganze Zeit und es gibt so viel Negatives in der Welt. Und eigentlich diese Umsetzung von der positiven Zeitlinie muss man visualisieren. Ich dachte, okay, ich nehme jetzt mal nur die Version, obwohl es zwei gibt, und ich fokussiere mal auf die positive Zeitlinie und ich setze das in Bildern so um, dass man einen kurzen Augenblick hat, eine kurze Meditation, wo man sich das vor Auge stellen kann und dann verankern, weil man kriegt dann ein, ich habe ja gesehen, wie du gelacht hast, als du Merkel gesehen hast und so weiter und Kissinger und Soros und Yuval Harari und Klaus Schwab. Wenn man sie dann sieht, werden sie dann auf der Straße betteln und da so arm sind. Ja, das ist, das gibt einem ein Gefühl, ja, das gibt einem ein Gefühl von, ja, verschiedene, ja, aber die Looking Glass Guardians haben mir gesagt, dass wir keine Rache ausüben, weil wir die neue Welt verwirklicht haben und da ist kein, da gibt es keinen Grund, eine Rache auszuüben, weil das ist wieder das gleiche Rat. Wenn wir eine Rache ausüben, dann bringen wir wieder Negativität in die Zeitlinie und wir brauchen diese gar nicht. Wenn wir die Zeitlinie verwirklicht haben, dann ist dieses Konstrukt, dieses Rache ausüben und Gegenschlag nicht mehr nötig. Und das wollte ich in dem Video einfach mal darstellen und deshalb habe ich es kreiert. Es kommt ein bisschen das Gefühl rüber so, dass, oh, endlich ist der Kaiser nackt so, also endlich steht das für das ein, was es wirklich ist. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der Gegenpart der Selbstermächtigung und des positiven Zeitliniens, Erschaffens eine Art Loop ist, halt eine sich selbst auffressende Schlange, die sich immer wieder in dem gleichen Zirkel befindet und diese Fantasie und auch die Vorstellungskraft in die positive Zukunft zu legen, ist genau dieser Auskoppelungsprozess aus dem Loop, den es benötigt. Ich bin durch die Gewalt getriggert, mit Aggressionen reagieren, sondern genau diesen Teufelskreis durchbrechen. Ja, weil das ist die Aufgabe, ehrlich, wirklich. Ich habe gestern Abend einen Vortrag gehalten in Salzburg und eines, was man spürt, ist, Leute sind sehr frustriert, weil sie haben keine, es wird keine Rechenschaft gezogen in denen, also es wird keiner, you know, Richtigkeit. Es gab so viele Verbrechen gegen die Menschheit in den letzten paar Jahren, so viele Akteure, die, you know, Bedingungen, also die einfach, ohne zu hinterfragen, diese Zwangsmaßnahmen auf uns ausgeübt haben. Man müsste eigentlich hier jetzt mal, you know, Konto machen, ja, auf einer geistigen Ebene. Und diese Leute müssten gestehen, dass sie, you know, einen Fehler gemacht haben und dass man daraus was lernen kann. Und wenn man in der Gesellschaft niemals sieht, wenn man nur immer sieht, dass da irgendein Verbrechen stattgefunden hat, egal wo, in Amerika, Deutschland, egal, Ukraine, Zelensky, ist egal, man spürt eben, da waren Verbrechen und das müsste jetzt mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und nur so kann die Energie ausgelöst werden. Und wenn das nicht passiert, dann staut sich diese Negativität, dieser Frust staut sich in dem Bewusstsein von vielen, vielen Menschen und funktioniert als Hindernis, in diesem Freudezustand zu kommen, von dem Dieter Bröhrs immer spricht. Er spricht immer von, wir müssen in den Freudezustand kommen. Und das klingt manchmal ein bisschen schwer zu verwirklichen. Dann denkt man einfach, ja, das wäre, als ob man eine depressive Person einfach sagt, hey, du musst doch nicht depressiv sein, sei einfach glücklich. Ja, also das ist tiefschichtig. Es geht tiefschichtig hinein. Und die Freude, die wahre Freude ist eine andere Qualität, ist eine Eigenschaft, die hat einfach dieses Gesamtbild, in dem man wirklich in die Frequenz eintritt, die mit dieser neuen Welt, mit dieser neuen Zeitlinie verbunden ist, wo man sich erlauben lässt, wo man sich erlaubt zu spüren, wie es denn wäre, in einer Welt, wo wir nicht erpresst werden, wo wir nicht diese, so eine Covid-Lüge an uns aufgezwungen hätten bekommen, wo man wirklich Tesla-Energie, drahtlose Energie verwirklicht haben könnte. Und all diese Sachen, die zu dieser neuen Welt, die noch nie verwirklicht wurde, die dazugehören, das sind Gefühle, wenn man sie dann vor Auge hat, die bringen wirklich einen Freudezustand, wenn man sich so einbildet, wie diese neue Welt aussehen würde. Das ist wirklich die wahre Freude. Und dahin zu arbeiten in seinem Leben, dass man jeden Schritt, den man macht, so eigentlich gezielt in der Richtung, dass man sich ausmacht, okay, ich werde in meinem Leben von diesem Punkt an jetzt nur noch Sachen tun, die zu dieser neuen Welt führen. Und das inkludiert auch, dass ich mir, wenn ich einen dunklen oder depressiven Gedanken auf einmal im Kopf habe, dass ich den beobachte und einfach vielleicht nicht wegdränge, sondern ich sehe, dass dieser Gedanke eine gewisse Quelle hat und ich verstehe die Quelle von diesem Gedanken und das hat öfters mit der äußeren Welt zu tun, die von diesen Deep Staters oder Black Hats oder wie auch immer man sie bezeichnen wird, verursacht wurde, die uns geblockt hat. Aber das muss nicht immer so sein. Die haben einen Zweck erfüllt und der Zweck war, uns gegen die Wand zu schieben, wo wir jetzt einfach sagen, jetzt oder nicht. Und das sagen auch viele. Die sagen das jetzt, dadurch, dass wir diesen Lockdown hatten und diese unverschämten Zustände in der Welt, dass jetzt Leute endlich mal sagen, warte mal, da ist was falsch gegangen und viele sind deswegen aufgewacht. Das wird ja viel behauptet. Und das stimmt auch so. Und das müssen wir einfach wissen und mit dem müssen wir arbeiten und das verursacht diese Energie. Und zum Gleichen, was ich dann noch zum Abschluss sagen würde, ist, wir wissen ja, dass das Magnetfeld der Erde sich gerade abbaut. Okay? Das Magnetfeld ist das, was unsere Erdkugel von diesen kosmischen Strahlungen, die normalerweise auf uns zukommt, schützt. Und wenn das das nicht tut, dann werden wir von diesen Energien getroffen. Das passiert jetzt gerade in einem Maß, wo es noch nie passiert ist. Und es fallen Messgeräte aus. In den Videos, die ich mit Dieter mache, steigen wir mehr auf dieses Thema, wenn ihr das sehen wollt, die Realitätsabgleich-Shows mit Dieter, die man sehen kann. Da gehen wir an diese Themen hinein. Wir zeigen auch, wo die Messgeräte ausgefallen sind. Und was Interessante ist, dass wenn das Magnetfeld jetzt wegfallen würde, komplett, was würde passieren? Das ist jungfräuliches Terrain. Zum einen hat Professor Trofimov in Russland Experimente durchgeführt, wo er Probanden, viele, glaube ich, bis zu mehrere Zehntausende, 40.000, 36.000, die genaue Zahl fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so in dem Liga, wurden Probanden in magnetisch abgeriegelten Räumen gestellt, um zu sehen, was mit denen passiert. Weil sie haben in der Raumwissenschaft festgestellt, dass die Astronauten, die Kosmonauten, die außerhalb des Magnetschirms der Erde gelangten, plötzlich in einem anderen geistigen Zustand gekommen sind, wo sie dann eigentlich die Banalität der Aufgaben, die sie durchzuführen hatten, durchblickt haben und die nicht mehr ausgeführt haben. Weil die haben es gesehen, was für ein Quatsch ist das? Das ist ein Blödsinn. Und das mussten sie, dahinter wollten sie kommen. Was hat das ausgelöst? Und deshalb diese Studie von Trofimov. Und was sie gesehen haben, ist, dass die Leute, die in diesen abgeschirmten magnetischen Räumen waren, für längere Zeit sich aufgehalten haben. 24 Stunden, eine Woche, teilweise einen ganzen Monat und längere Zeiträume. Sie haben telepathische Eigenschaften entwickelt. Sie haben auch gesehen, dass sie verjüngerten. Also ihr Körper hat auch einen Effekt gehabt, physiologisch. Das ist interessant, weil die Looking-Glass-Guardians haben in ihren Botschaften gesagt, wie ich es in dem Video gezeigt habe, dass wir wieder den Körper von einem so 20-Jährigen bekommen. Wie kann das passieren? Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Belege, à la Trofimov in diesem Fall, dass dieser Verjüngerungsprozess kein Fiction ist. Das passiert tatsächlich. Und das andere, was interessant ist, ist, dass wenn dieser Magnetfeld komplett wegfallen würde, unser Herz hat eigentlich ein sehr starkes Magnetfeld, viel stärker als das Magnetfeld unseres Gehirns. Das Magnetfeld unseres Herzes strahlt bis zu vier Meter um unseren Körper herum. Das heißt, wir haben unsere eigene Magnetfeldabschirmung. Und wenn wir tatsächlich jetzt von diesen Strahlungen aktiviert werden, in diesem höheren Bewusstseinszustand, kommen, dann auf der Quantenebene, dann spinnen die Elektronen teilweise und die Protonen auf andere Bahnen. Und wir steigen eigentlich in eine andere quasi Paralleldimension hinein, wenn man sich das so jetzt mal erlauben darf. Und wenn das passieren würde, dann ist es ja vielleicht nicht undenklich, dass diese magnetischen Strömungen oder diese kosmischen Strömungen vom Weltall, die uns normalerweise schädlich sein würden, plötzlich auf uns keine Wirkung mehr haben. Weil wir sind nicht mehr in der gleichen Dimension, in dem sie eine Wirkung auf uns haben würden. Und wir haben als Schutz unser eigenes Magnetfeld und das ist von unserem Herz generiert. Auch einer der ersten Astronauten im All, Edgar Mitchell, berichtet von einer Art Samadhi-Zustand, der eingesetzt hat, wo er die Konstellationen der Planeten gesehen hat. Also das wird er auch mit zu tun haben, denke ich. Ja, genau das. Das ist genau, von was er redet. Ja. Und deshalb, ich glaube, es hat viel, es sieht zwar jetzt ziemlich düster aus in der Welt und, you know, ich bin auch bekannt dafür, dass ich diese dunkle, düstere Realität eigentlich vor Auge setze, damit Leuten das wahr wird, was da eigentlich jetzt gerade abgeht. Aber die positive Seite ist eben, wir haben Unterstützung vom Kosmos. Wir müssen es eigentlich nur wissen. Und wenn wir es wissen, dann können wir damit arbeiten. Jeder auf seine eigene Art und Weise. In Meditation oder auf Spaziergängen in diesen Zustand zu kommen. Vielleicht hört man ein gutes Stück Musik. Egal wie, aber alles, was man tun muss, ist sich einfach in diesem höheren Bewusstseinsstand, diesem geistigen, feineren Bewusstseinspunkt erstmal durch Übung bringen, aber es kommt immer leichter. Und eventuell zieht man auch Leute an, die auch so ticken. Und dann hat man einen Austausch miteinander und je mal man sich miteinander austauscht, steigt man eigentlich in seinem Freundenkreis schon so auf einen anderen Level miteinander. Und dann übt man eigentlich schon die Gedanken und die Realität aus, die wir in dieser neuen Welt eigentlich auch natürlich haben würden. Du sagtest auch eben, dass ein umgesetzter Gedanke oder ein Wille schon einen Moment früher einsetzt, also so zehn Millisekunden oder so. Und bei diesem Ringen, was gerade stattfindet, wo wir gerade die eine Zeitlinie ziemlich klar vor Augen haben und die andere so nebulös und von uns auch umgesetzt werden muss, da kommen wir dann ganz klar wirklich dahin, dass wir das alles irgendwo selbst gestalten müssen und immer wieder diese positiven Gedanken in die Welt tragen und so mit diesem Gegenpart irgendwo liefern dann. Ja, den freien Willen weiter ausbauen. Das sind auch so Punkte, ich wollte gerade nochmal zusammenfassen, aber das hast du jetzt eigentlich schon gerade gut gemacht. Was sind denn so die Spielregeln oder die Tipps, die man braucht, so als wenn man jetzt wirklich als Player in dieser Matrix erwacht und merkt, dass man Schöpferwesen ist und nicht willkürliches Zufallsprodukt, wie man sich da verhalten kann. Du hast schon gesagt, Manifestationen, die gute Welt, die positive Zeitlinie manifestieren, sich darin schon befinden, genau darin auch denken, agieren, leben und fühlen. So, dann das Nächste ist natürlich sich informieren, wenn ein Thema einem irgendwie komisch vorkommt, weil man, Moment mal, da wird das gesagt, da wird das gesagt, ich recherchiere selbst, ich schaue mir die Quellen an. Auch vorhin dort ist dieses Virusparadoxon angesprochen. Da vielleicht mal, wer da noch nie von gehört hat, mal einen Vortrag von Stefan Lanker sich anschauen, auch sehr interessante Thematik. Dann auch, dass die wahrscheinlichste Zeitvariante ja schon vorprogrammiert ist und wir auch, wie Sebastian gerade sagte, wir aus der Vergangenheit oder eigentlich schon in einer Vergangenheitsstruktur agieren als Wesen, dass es schon vorprogrammiert ist. Da habe ich mir als Kind schon darüber Gedanken gemacht, so ist denn mein freier Wille wirklich frei, kann ich denn machen, was ich will? Und da habe ich dann wirklich Prozesse erzeugen können, indem ich zum Beispiel einfach nur meinen Arm bewegen wollte oder gelaufen bin und in dem Moment, in dem ich es eigentlich machen will, das nicht mache, mich anders verhalte, als es gerade schon, also es ist schwer zu erklären, das Signal geht schon zu dem Arm, aber es wird trotzdem nicht gemacht oder ich drehe mich trotzdem in eine andere Richtung. Und mit einem erweiterten Bewusstseinszustand sieht man da tatsächlich, dass diese unerwartete Realitätsvariante erst neu gerendert werden muss, dass es da zu Verzögerungen oder so Ruckeleffekten teilweise kommt. Und das kann man bewusst erzeugen, wenn man sich da mal ein bisschen reinsteigert. Ja, das kann man. Und wir haben uns einfach nur abgenabelt von diesen Fähigkeiten, das ist wie ein Instrument. Und die Zirbeldrüse selber, das ist so ein Instrument in unserem Kopf und es ist eigentlich durch Fluorid und andere Sachen schon verstopft worden und wir müssen es wieder einsetzen und erst dann kann es diese Schicht von Ablagerungen abschütteln. Ja, wir müssen es üben, wie wir eine Violine oder ein Klavier oder ein Schlagzeug üben würden und dann ist man einfach auf das Ganze überrascht, was man eigentlich zustande bringen kann. Alleine ein Instrument zu lernen, ja, von Null auf wirklich gut zu werden. Wenn man zurückdenkt und denkt, wow, damals konnte ich ja überhaupt nicht spielen und jetzt habe ich das Instrument gemeistert und kann alles spielen, was ich mir einfallen lasse. Ja, das ist schon ein Wunder in sich selbst und warum sollen diese Psi-Fähigkeiten und diese telepathischen Fähigkeiten anders sein? Ich weiß, dass ich Gedanken höre. Ich weiß, dass ich Telepathie-Erlebnisse habe in meinem Leben und die werden immer wieder bestätigt. Vielleicht nicht jeden Augenblick, ja, also jetzt kann ich nicht sagen, ich schalte jetzt an und lese eure Gedanken, aber wenn ich ruhig werde und ich bin in einem so stillen, guten Bewusstseinszustand, dann höre ich Sachen, dann kriege ich manchmal eine Botschaft von einer Person und dann tatsächlich eine Minute später klingelt das Telefon und es sind sie. Oder ich kriege eine E-Mail, die genau zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde, als ich diesen Gedanken über diese Person hatte. Also das sind diese Beweise, dass es keine, eigentlich keinen Raum und Zeit gibt. Das sind alles nur, das ist dieses Hologramm, in dem wir leben. Ja, das physisch ist, das wir mit physischen Gesetzen ausgestattet haben, die natürlich von einigen schon gebrochen werden, die sich über das, in dieses Hologramm über hinausgebracht haben mit ihrem Geisteszustand. Das sind für uns die Wegschauer, Wegweiser, sorry, die uns den Weg zeigen, wo es lang gehen könnte, wo was, zu was wir eigentlich fähig sind. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir müssen es wissen, dass das so ist. Nicht vermuten oder glauben, nicht einmal. Wir müssen es wissen und einfach praktizieren. Wir müssen wissen, warum wir daran glauben. Ja, und wenn du lernst, ein Fahrrad zu fahren, dann fällst du ein paar Mal rum und es tut weh und du erlittst vielleicht ein paar Kratzer, aber du stehst wieder auf und fährst weiter, bis du es lernst. Und wir müssen es so auch sehen. Wir werden halt Niederlagen erleben. Covid war eine Niederlage auf eine sehr große Art und Weise. Die Impfstoff, Nanotechnologie, die jetzt fotografiert, gefilmt und die ich veröffentliche unter den anderen, die das tun, das ist auch eine Niederlage. Aber das muss nicht das Ende bedeuten. Wir müssen es aber sehen und wir müssen es erkennen und damit wir wissen, mit was wir zu tun haben. Ja, damit wir nicht dann überrascht werden irgendwo und plötzlich, wo ist das hergekommen? Und nur durch diesen geistigen Zustand können wir uns zu den Lösungen bringen. Wir befreien uns quasi selber, einzeln, von dieser Versklavung und von dieses, einfach blinde, unfreiwillige Hingabe zu einem unmächtigen System. Wir steigen aus dem Käfig hinaus, freiwillig. Und dann, wenn wir das tun, dann ermutigen wir viele andere, das auch zu tun. Und ich glaube, nur so können wir an eine Lösung kommen. Es kann kein neuer Anführer kommen, der uns eine Anweisung gibt, weil dann haben wir es trotzdem noch nicht verinnerlicht. Dann passiert immer wieder das Gleiche, das gleiche Muster. Dann kommt wieder einer, ein Trump oder ein Biden oder wie auch immer oder ein Putin. Aber nichts ändert sich wirklich, wenn man das genau betrachtet. Vor allem, man fällt immer wieder auf die gleichen Loops hinein und da müssen wir rausbrechen aus dem. Das können wir nur einzeln tun und ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt den Punkt haben vom Kosmos unterstützt, wo wir die Werkzeuge sogar haben und den Input und die biologischen Teile in unserem Gehirn. Wir können Skalarwellen empfangen, einen Zirbeldrüse haben wir in unserem Kopf, wir haben eine Zirbeldrüse, wir haben Funktionen in unserem Körper, die wir noch gar nicht wirklich ausgeschirpt haben. Und jetzt ist die Zeit, uns mit denen ein bisschen vertraut zu machen. Den Punkt Zirbeldrüse hast du gerade angesprochen. Aktivieren, reinigen und auch trainieren, dieses Instrument des Körpers und des Bewusstseins aktiv spielen zu können. Hast du da vielleicht noch ein paar weitere Tipps, wie man das gut bewerkstelligen könnte? Ja, ich mache gerade ein neues Webinar über die Zirbeldrüse und das kommt dann alles in dem hinaus. Ja, vielleicht so ein paar geteaserte Tipps. Also eines ist, ja, also eines, das man wirklich tun kann, hat wirklich mit Bewusstsein zu tun, also mit Frequenz. Ja, weil wir, wenn wir nicht hoch schwingen, gedanklich, dann beeinflusst uns auch dieses Ganze, diese Verkalkung, die Floridierung der Zirbeldrüse hat einen dramatischen Effekt, das zu vermindern, dass wir diese Fähigkeiten überhaupt haben und wenn wir wirklich anfangen, bewusstseinsmäßig uns höhere Gedanken zu pflegen und höhere Frequenzen, höhere Qualität von Gedanken zu pflegen, dann schütteln wir dieses schon ab. Dann fängt das schon an, so wie ein altes, staubiges, you know, Instrument in der Garage, man nimmt das Tuch davon ab, ja, wir machen das jetzt sauber und das kann man so schon beginnen und klar, man kann natürlich logischerweise alle Produkte, die man, zu sich nimmt, mal ein bisschen näher analysieren, wenn da Florid drin ist und so weiter, solche Sachen einfach auszuscheiden aus dem Körper, also so eine Art, ja, man kann mit Xiolyt und so weiter, kann man diese Metallstoffe aus dem Körper ausscheiden, das ist ein, so, das sind so ein paar Tipps, die man machen kann, um das, ja, man könnte auch sagen, ihr könnt euer eigenes Urin trinken, aber das ist wahrscheinlich zu radikal für die meisten. Ja, jeder findet da seine eigenen Methoden, also ich habe da auch meine Punkte gefunden, ich will da auch gar keine Empfehlung oder Ratschläge geben, aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Chlordioxid, Zeolit, Zedernussöl und noch ein paar anderen Kleinigkeiten, ja, ja, das wäre schon ein guter Start. Borax vielleicht auch noch angebracht an der Stelle. Sehr spannend, das Ganze. Wenn ihr wollt, also geht auf meinen YouTube-Kanal, da findet ihr dieses Video und teilt es, ja, fangt an, das Video zu teilen, so viel, wie möglich, dass das rumkommt, dass Leute das sehen, weil dann schwingen wir alle mit irgendwie auf dieses, genau, an diesem Bild, ja. Wir werden das alles verlinken, ich habe ja deinen Kanal beobachtet die letzte Zeit, es ist ja durch die Decke gegangen hier, das geht ja steil bergauf mit dem Kanal, ganz schnell geht das, also wirklich. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ziemlich verrückt, so müssen wir weitermachen, ja, ich stehe im Dienst und muss das einfach beschleunigen und erweitern und das können wir nur zusammen machen. Danke nochmal, dass ihr mich wieder zurück für ein weiteres Interview gebracht habt. Ach, sehr gerne jederzeit, hey, und ich habe noch einen englischen Kanal, vielleicht, wenn du Bock hast, mal irgendwie, du erzählst ja alles auf Englisch eh schon, das ist eigentlich nicht so schön für dich, dann, wenn du es nochmal erzählen musst auf Englisch, aber. Sehr gerne. Wichtig und zielführend, dass wir hier auf Deutsch nochmal drüber sprechen. Wir werden das alles verlinken, alles teilen, damit das auch genug Aufmerksamkeit bekommt. Ja, danke Frank, auf jeden Fall, wieder mal für dieses mega gute Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.